Die meisten Menschen fühlen sich nicht in der Lage, neben ihren alltäglichen Verpflichtungen nun auf einmal all ihre Lebensgewohnheiten zu verändern. Worauf also sollte man sich am Anfang fokussieren, damit die Heilung beginnen kann? Anthony antwortet im Healing Path, dass das sehr verständlich ist, dass wir tatsächlich viele Verpflichtungen, viele Dinge auf unserer To-Do-Liste haben. Nicht jeder kann sich zum Beispiel die Zeit nehmen, täglich zwei Stunden Sport zu treiben. Anthony selbst kann das auch nicht. Er sagt, dass man daher bei seiner Ernährung anfangen sollte. Wir müssen verbessern, was wir uns in den Mund stecken, was in unsere Körper gelangt. Das Erste ist deshalb, dass man darauf achtet, mehr Obst und Gemüse zu essen. Salat zum Beispiel, ein Salat am Tag. Als nächstes empfiehlt er einen Spaziergang pro Tag. Man soll sich diesen in seinen Tagesplan einplanen. Wenn man nicht die Zeit für mehr Sport oder die körperliche Fitness für mehr Sport hat, dann soll man sich Zeit für einen kleinen Spaziergang einplanen. Er sagt, dass dann eine Gewohnheit entsteht, sich ein Rhythmus formt. Während wir versuchen, unser Leben zu schaukeln und für alle anderen, aber nicht für uns selbst gut sorgen, formen sich meist schlechte, aber keine guten Gewohnheiten. Eine schlechte Gewohnheit, so sagt er, formt sich sehr leicht. Um gute Gewohnheiten zu formen, müssen wir uns ein bisschen bemühen. Wir müssen uns etwas Zeit dafür nehmen. Zum Beispiel kann es auch gut sein, sich das Essen zu Hause vorzubereiten und dann mitzunehmen. Anthony weiß aber, dass das für viele bereits eine Überforderung ist und betont, dass man kleine Schritte machen soll. Er erzählt, dass viele Menschen zu ihm sagen, dass sie ja schließlich nicht ihr Leben anhalten können, nur um sich dieser Sache zu widmen. Er entgegnet ihnen dann, dass das eben nicht nötig ist und ermutigt sie, einen kleinen Schritt nach dem anderen zu gehen. Um seinen Heilungsprozess zu starten, beginnt man mit einem kleinen Schritt. Eine Sache mit der Anthony bei Menschen, denen alles zu viel war, den Heilungsprozess initiiert hat, war zum Beispiel Zitronenwasser. Zwei große Gläser Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone. Und das machen wir jeden Tag. Wenn wir das tun, dann setzen wir schon etwas in Gang. Wir beginnen mit der Basis. Dann empfiehlt er auch noch, die Basis Nahrungsergänzungen zu nehmen. B12, Zink und Vitamin C. Sie sind unter dem Video verlinkt. Auch ich bekomme immer wieder Fragen, bei denen ich merke, Menschen haben Angst, dass das ja alles sowieso nichts nützt, wenn sie nur ein bisschen was verändern. Und dann sind sie so verzagt, dass sie gar nicht erst anfangen. Anthony sagt da immer wieder, man soll einfach mit einem Schritt beginnen. Er sagt, everything matters. Jeder Schritt ist wichtig und nicht umsonst. Wenn man im Internet, in den Facebook-Gruppen oder auf Instagram diese vielen Bilder von den perfekten Rohkostgerichten sieht und man liest von salz- und fettfreien Kuren, dann ist das sicher kein repräsentatives Bild für die meisten Menschen auf dem Medical Medium Weg. Die meisten von uns sind irgendwo dazwischen und bewegen sich in ihrem Tempo. Und es gibt trotzdem Erfolge. Eine Freundin zum Beispiel litt unter Angststörungen. Und sie schafft momentan nicht viel mehr als Zitronenwasser und einige Male pro Woche den Heavy Metal Detox Smoothie und trotzdem merkt sie, dass es ihr besser geht. Menschen sind verschieden. Wir brauchen viel Mitgefühl für uns selbst auf unserem Weg. Also, heute ist der Tag für den nächsten Schritt. Danke fürs Zuhören.